Okay, Leute, wir werden jetzt russisches Roulette spielen. Hm, ich weiß nicht. Komm, Alter, sei nicht so ein Spielverderber. Es ist der beste Kick. Eine Kugel, sechs Kammern, dreh es, press es an den Kopf und bete zu Gott, dass du Glück hast. Ich weiß nicht recht. Ich hab gehört, dass schon mal welche gestorben sind. Komm schon, Zack, sei nicht so eine Pussy. Heul mal nicht rum. Ja, Mann, sei doch kein Spielverderber. Leute, es ist nur... Ich weiß nicht. Schau, wenn du nicht spielen willst, kannst du jetzt gehen, aber du bleibst die Nacht nicht in meinem Haus und spielst russisches Roulette mit uns. Alter, okay. Samuel fängt an. Gib mir die Waffe. Eine Kugel, sechs Fächer, dreh es, press es gegen die Stirn und f- Au! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verfluchte Scheiße! Mann! Es ist in meinen Augen! In meinen Augen! Er ist tot! Scheiße, ich kann nicht glauben, dass er tot ist! Oh, also gut, wie auch immer. Du bist dran! Ist das dein Ernst? Sam ist tot! Ich weiß, er hat verloren. Du bist dran. Ich? Äh, nein! Wir gehen im Uhrzeigersinn! Gegen den Uhrzeigersinn! Keine Chance, Mann! Es war deine Idee, du bist dran! Hey, Mann, ich will nicht mehr spielen! Ihr müsst alle mitspielen oder niemand von euch bleibt die Nacht über in meinem Haus! Okay! Okay, dann bin ich eben der Nächste, wenn es euch Pussys dadurch besser geht. Also gut, einen in das Fach, drehen, entsichern, presst es gegen die Stirn und dann... Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! noch das Spiel in den Dreck zieht. Nein, oh Mann. Fuck, Timmy's tot. Timmy's tot. Timmy's tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, man. Wow. Sie, sie sind tot. Darren, nur noch wir sind übrig. Wir können einfach aufhören. Niemand muss es wissen. Wir sollten Hilfe rufen oder so. Ja, weißt du was? Du hast recht. Ist sowieso ein dummes Spiel. Sowas haben wir nicht nötig. Lass uns einfach abhängen, Gras rauchen und chillen. Was? Gras rauchen? Nein, danke, Darren. Ich glaube, ich spiele lieber russisches Roulette.